Also Teubi spurt scheiße wie Sau. Teubi 4.7 Ich hab noch nie eine schlechtere Backsack ohne Scheiß. Ist das der Ernst? Teubi 4.7 spurt nicht scheiße. Hast du Weißwurst auf die einen oder was? Die waren schlechter wie Leberkass von der Tochter. Das hast du nicht gesagt grad. Teubi 4.7 ist die Beste. Ben, Zweitbeste. Ben, die ich kenn. Habt sie mich verstanden, ihr Gnädel-Lutscherl? Teubi 4.7 sind die geilsten auf der Welt. Habt sie das verstanden, ihr Volksmusiknasen? Wer was anderes sagt, kriegt sie mit mir zum Tor. Teubi bist der Wahnsinn. 4.7 Moment, wärs bitte Teubi 4.7? Ich hab mein Zahnbürsten vergessen. Scheiße.